Yes! Ja! Bring ihn um! Perfekt! Heieieiei! Komm! Ich muss auf ihn rausspringen! Los, 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 los! Ich bin mit dem beiden! Oh, shit! Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde Monsanta World Deepeda! Ja, ja, bin ich, bin ich, aber das werden wir auf jeden Fall nicht machen. Ja, ja! Was ist das denn? Was ist das da unten? Ein Elefant? Ja, ja, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich... Das ist ein Schwein! Hi, mein Süßer! Hi, duft, 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 duft! So, wir haben eine andere Mission. Da die Beta ja jetzt abläuft, will ich nochmal versuchen, gegen Gratalos zu kämpfen. Ich weiß aber nicht, wo der sich genau befindet. Irgendwo ganz oben. Problem ist halt, wo? Weil bis jetzt sehe ich ihn nicht. Äh, nee, da gehen wir ja wieder runter. Irgendwo hier oben muss er sein. Er muss hier sein. Mal sehen, ich... Ich wollte gerade sagen, ist er das da oben? Aber das sind einfach nur Blätter, die ein bisschen leuchten, ne? So ist er hier. Irgendwo... Okay, da auf der Karte. Zeigt etwas an. Jup, ich glaube, hier ist er. Ähm... Ich werde mir ganz kurz einen Gilly mal anziehen. Ich weiß halt nicht, was passiert jetzt. Oh shit, ich glaube, der ist da. Hi! Hey, na? Alles gut bei dir? Hi, hier bin ich. Hi, hübscher! Wie geht's dir? Nein, nein, nein! Ja, hat er nicht. Er hat mich noch nicht gesehen. Wo geht er jetzt hin? Leute, wo geht er hin? Kommt er jetzt wieder hierher? Äh... Äh, Radalos? Lässt mich jetzt nicht hier allein, oder? Ich muss mal kurz da rüberschauen. Oh, hier ist ein Nest. Ach, nimm mich jetzt ein Ei mit. Gut, eigentlich müsste er es ja bemerken, oder? Komm, einfach weglegen. Wo ist er denn jetzt? Kommt er wieder zurück? Ich hätte mein Gilly nicht anziehen sollen. Ich hätte ihn einfach attackieren müssen. Nochmal abbrechen. So, jetzt habe ich gleich das Messer ausgewählt. Falls er jetzt wieder wegfliegen möchte, das will ich halt nicht. Er muss hier bleiben. Ach, hi! Du gehst ja jetzt diesmal. Äh, äh, Radalos? Guck mich mal an. Guck mich mal an. Oh, sieht der geil aus. Ja. Sorry, habe ich ganz vergessen. So, zack. Ach, der macht sogar sein Maul auf. Oh Gott. Jetzt aber. Shit. Treff ihn, treff ihn, treff ihn. Oh mein Gott. Ins Gesicht, ins Gesicht. Yes. Es hat gewirkt, es hat gewirkt. So, komm. Alter, ich kann seine Attacken komplett gar nicht. So, 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 so. Yes. Okay, okay, okay. Radalos, tut mir leid, was ich dir antue, aber ich muss es tun. Die Expertin hat es mir befohlen. Ja, ja, kannst du es sogar selbst fragen. Alter, der hat geile Attacken. Er sieht auch übelst geil aus. Wie gesagt, ich finde, er sieht aus halt wie ein Goblin, Goblin, Goblin. Oh, wie eine Hexe. So richtig krass. Oh, gut, dass ich gegen Feuer geschützt bin. Komm. Habe ich ein Messer ausgewählt? Nein, ich habe die Axt. Okay, das war nicht gut, das war nicht gut. Ich wollte eigentlich das Messer haben. Okay, okay. Oh, shit. Eine Lawine. Oh, Gott. Er geht runter. Radalos. Nein. Scheiße, ich werde runtergetrieben. Okay, ich gehe mit runter. Ah. Ich komme, Baby. Oh, shit. Müsste ich nicht tun. Ach. Wie geil ist das denn? Und zick. Scheiße. Das hätte klappen können. Mist. Ich muss versuchen, auf mir rauszuspringen. Zack, zack. Und. Los, 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 los. Okay, kack, 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 kack. So, ihn schaffe ich aber. Ihn schaffe ich eventuell. So, kurz heilen einmal. Ich weiß sonst nicht, wie ich hier runterkommen soll wieder. Äh, darf ich? Du bleibst hier. Du bleibst hier. No way. Okay, ich muss ihn verfolgen. Ich muss ihn verfolgen. Gary, hinterher. Radalos entkommt uns nicht. Diablo, Diablos ist uns entkommen. Okay. Aber er nicht. Nein, nein. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Okay, er ist dort. Er ist dort. Komm, Wettstein, 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 Wettstein. Du hast mir zu lange geduht. Komm, komm, er wartet auf uns. So, Lähmung. Werde ich noch einmal einsetzen. So, schau mich an. Hab ich getroffen? Ich glaube, ich habe ein bisschen getroffen, oder? Oh, er fliegt. Okay, okay. Oh Gott, da los, du bist so wunderschön. Oh, danke, Gary. Ins Gesicht. Nein. Oh Gott. Das hätte nach hinten losgehen können. Warte mal, hier ist ein Pilz. Kann ich denn auf ihn rausspringen? Oh. Glück gehabt. Oh, er gibt da... Okay, eine Lehmkröte. Ich habe hier eine Lehmkröte. Das habe ich vorhin im Menü durchgelesen. Pass mal auf. Oh, shit. Es wirkt sogar. Ja. Perfekt. Und es wirkt sogar bei mir. Scheiße. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Geht das links und links, nach links und so weiter? Nichts... Komm, Kollege. Okay, es wirkt. Oh, shit. Okay, das nächste Mal wissen wir nicht hingehen. Ein bisschen gefährlich. Okay, haut ab, er haut ab. Aber es ist gut. Ich kann gegen ihn besser als gegen Diablos. Ernsthaft? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich bin vielleicht einen Ticken besser geworden, oder? Ich habe ein bisschen bei ihm gelernt. Oh, shit. Nein. Ja, ja, ja. Ja, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Aber er lasst mich doch nicht mal meine Ruhe. Leute, der braucht eine Ewigkeit, um ein Gegengift zu trinken. Ja, und jetzt verbrenne ich. Ja. Geil. Der braucht eine Ewigkeit, um einen Tank zu schlucken. Digga, ich kann das einfach runter auf X. So einfach ist das. Oh, Gott. Das ist echt krass. Das ist richtig krass. Ich glaube, ich muss hier runter, wa? So, was habe ich denn? Was habe ich denn? Ich setze die Falle jetzt ein. Passt mal auf, Leute. Ich setze die Falle jetzt ein. Ich hoffe, die macht er jetzt auch nicht kaputt. Und setzt mein Dämonenpulver ein. Ihr werdet gleich sehen, warum. Atalos, komm mal hierher. Du hast mich vorhin vergiftet, ne? Guck mal hier. Komm her. Wie fühlt sich das an, hä? Wie fühlt sich das an? Ja, nicht schön, ne? Ja, weiß ich, weiß ich. Pech gehabt. Du musst herkommen. Der haut jetzt ab. Really? Kann ich die aufheben wieder? Oh, Rexy Rex. Nee, äh, komm. Auf dich habe ich jetzt gar keinen Bock. Nee, nee, von mir aus kannst du verschwinden. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss wieder hoch, wa? Na toll. Jetzt laufe ich zehn Minuten lang rum. Und jetzt fliegt er schon wieder. Und ich weiß nicht, wohin. Er ist dort stehen geblieben. Aber was macht er da? Und wie komme ich da hin? Warte mal, ich glaube, der fliegt weiter, oder? Oder bleibt er echt da stehen? Warte mal, da ist er, da ist er, da ist er. Hier, komm her, komm her, komm her. Digga. Digga, hier, 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 hier. Hier, hier, hier bin ich. Ja, 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 ja. Bam. Komm runter, komm hier runter. Ja, 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 ja. Schreib mich so viel an, so wie du willst. Komm her. Aber kein Feuer machen. Ja, ja. Ja, er muss runterkommen. Okay, zehn Minuten. Boah, ich habe echt lange gebraucht, um einen Weg zu finden. Okay, ich muss da, ich muss da hoch, ich muss da hoch, weil, äh, hier kann er sein, dass er... Okay, er landet, er landet. Okay, er landet doch nicht. Landet er dort? Komm her, Ratterlos. Komm her. Komm her rauf, komm her rauf. Komm her, komm her. Yes. Komm, komm, spuck, spuck, spuck. Yes. Flick hin, flick hin. Ja, ja, mach, 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 mach. Komm, schlag hin deinen Schwanz ab. Oh, komm, 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 komm. Treff wenigstens. Ja. Okay, war perfekt, war perfekt. Nach, 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 nach. Mist, das war jetzt nicht so gut, aber ist egal. Kann man akzeptieren. Eins, zwei, drei. Ich schaffe ihn eventuell. Yes. Ja. Bring ihn um. Perfekt. Ei, 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 ei. Das geht echt mit mir durch. Das geht echt mit mir durch. Lachen an, lachen an. Come on, come on. Und wieder mein Schwert. Ho, ho, ho. Zack, 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 zack. Schneid den ab, schneid den ab. Ich weiß nicht, ich bin fast durch, ich bin fast durch. Okay, okay, nice, 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 nice. Das war gut, das war gut. So, kurz. Aua. Kurz Megatrank. Weil es würde Ewigkeiten dauern, bis ich hier einen Weg hier hoch finde. Okay, okay, super, 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 super. Bäm. Okay, das war nicht gut, das war nicht gut. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Ich bin dieses Dizzy, Dizzy. Oh, danke schön, Gary. Danke, vielen lieben Dank. Warte mal, ich habe die Falle doch noch. Ich habe die Falle doch noch. Habe ich die nicht aufgehoben? Ah, ich glaube, der kommt jetzt nicht mehr runter, wa? Nee, habe ich nicht aufgehoben. Scheiße, ich muss mit dem Wettstein, ich muss meine Waffe reparieren. Ah! Habe ich gemacht, habe ich gemacht. So, ist auf die Gary, ist auf die Gary. Oder doch nicht. He, he, he. So, weiter, weiter, weiter. So, Trank, Trank, Trank. So, Wettstein, Wettstein, Wett, 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 Wett. Er ist auf mich, er ist auf mich. Wettstein. Come on, come on, come on. Hätt du jetzt doch machen können. Digga, mach doch, mach doch. Mach, 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 mach. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber er ist fast tot. Ach so, Kreis drücken. Hä, okay. Hätte ich da eventuell was machen können? Ist egal, jetzt bin ich aber unten. Kick ihn runter, kick ihn runter. Come on, kick ihn. Oh, shit, ist der brutal. No. Ha. Nichts gecrashed, Digga. Komm runter. Wie feige er ist. Wie feige er ist, Leute. Er ist richtig feige. Ah, er ist runtergekommen, oder? Nee. Er sah nur so aus. Er sah nur so aus. Hat das runtergeschmissen? Da. Hätte ich jetzt noch irgendeine Attacke oder sowas, ey, dann hätte ich das runterschmeißen können. Das wäre richtig genial. Wow. Boah. Okay, die Attacke kann ich jetzt nicht von ihm. Ich nehme kurz nochmal einen Trank. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst vor Radalos. Fünf Minuten, fünf Minuten. Gary, zu spät. Das hast du zu spät gemacht, Gary. Ach man, ich komme gar nicht mehr an ihn ran. Er fliegt nur, er fliegt nur. Das ist halt mies. Ich treffe ihn auch kaum. Komm, komm, komm. Kobold. Komm runter. Alter, er will nicht. No, komm, bitte. Ja, er ist unten. Aber er schießt natürlich. Och, mein Dude ist so korrekt, Alter. Okay, ich habe das mal. Ich habe es wieder. Ich habe es wieder. Oh, shit. Maxi-Trank, Maxi-Trank, Maxi-Trank. Nein, ich bin Dizzy. Scheiße. Oh, shit. Los, 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 los. Das kennen wir ja alle. Jetzt braucht er fünf Minuten, um wieder aufzustehen. Hi. Da sieht man sich mal wieder, wa? So. Oh, shit. Kollegah, es macht mir keine Angst. No, wer ist da? Nicht der Rex. Och, T-Rex, really? Musst du mir echt jetzt meine Tour versauen wieder? Okay, er greift ihn an, er greift ihn an. Auf wem kriege ich das wieder weg? Yo. Ich glaube, der T-Rex haut gleich ab. Nein. Okay, Rathalos geht auf ihn drauf. Und ich gehe jetzt auf Rathalos drauf. Ich versuche es. Er scheint echt K.O. zu sein. Komm. Ich muss auf ihn rausspringen. Los, 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 los. Ich bin mitten bei beiden. Oh, shit. Zack, 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 zack. Dankeschön, Rexi. Dankeschön. Richtig nett von dir. Bring dir, haut Rathalos ab. Vielen lieben Dank. Verzieh dich, verzieh dich. Geh weg. Ich will zu meinem Vogel hin. Ja. Ja. Okay, das könnte klappen, das könnte klappen, das könnte klappen. Komm, 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 komm. Drück ihn runter, drück ihn runter. Schlag ihn runter, schlag ihn runter. Okay, Angriff, Angriff, Angriff. Oh, ja, 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 ja. Aufladen, aufladen, aufladen. Aufladen. Nein. Erst. Nein. Das war mein letzter Versuch, ihn zu schaffen, Leute. Die Beta ist vorbei. Ich hätte ihn geschafft, Leute. Oh, nein. Ich hoffe, die ändern wirklich beim Spiel die 20 Minuten. Ich hoffe es. Weil 20 Minuten ist echt mies. Man kann sich halt wirklich keine Zeit lassen. Man geht halt einfach hin zum Gegner und dann muss man ihn sofort schon töten. Ansonsten schafft man das nicht. Aber so viel ich weiß, bei den älteren Teilen war es ja auch nicht so. Also denke ich mal, wird es da auch geändert werden. Weil es nur eine Beta ist. Man soll halt nicht zu viel Zeit da drin verbringen. So wisst ihr, was ich meine? Naja, wenn euch auf jeden Fall die Folge mit Rattalos gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Kommi oder Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020